Ja, ja, hier ist die Feuerwehr, städtische Feuerwehr. Wo brennt's denn? Ach so, bei Ihnen selber, das trifft sich ja gut. Wie heißen Sie denn? Sperlich? Waren Sie schon mal bei uns? Nein, ich meine, ob wir eine Karteikarte über Sie führen. Nicht? Das ist schlecht. Neue Fälle können wir im Augenblick gar nicht bearbeiten. Was, Sie wollen einen Termin ausmachen? Gleich? Ja, da kommen Sie mal morgen vorbei. Was, wir sollen zu Ihnen? Also wissen Sie, Hausbesuche machen wir nur in ganz seltenen Fällen. Ja, das sagen alle. Wo wohnen Sie überhaupt? Kreiserstraße, kenne ich, da gibt's überhaupt keine Parkplätze. Ach, hören Sie doch auf, ich will mal sehen, was sich machen lässt. Ja, früh ist möglich. Sagen Sie, äh, können Sie den Brand noch bis morgen Vormittag in Gang halten? So bis elf, zwölf so, aber nicht, dass wir nur umsonst kommen. Wir haben dauernd diese Fälle, dass wir irgendwo hinkommen, wo es denn gar nichts mehr zu löschen gibt. Das ist ärgerlich für alle Beteiligten. Ja, legen Sie noch ein bisschen Brennstoff nach. Tschüss! Brennstoff nach. So!